Kürzungen am Sozialstaat, wie sie jetzt einige fordern, treffen, nämlich kein anonymes, abstraktes Gebilde. Solche Kürzungen entziehen Kindern, Erwachsenen und Älteren aus Fleisch und Blut. Die Unterstützung, die diese ja dringend notwendig haben, weil sie eben nicht auf Rosen gebettet sind. Gerade diese Menschen brauchen jetzt Sicherheit in der aktuellen Situation, aber auch darüber hinaus. Und deswegen sind solche Kürzungen nicht vorstellbar, nicht mit der Sozialdemokratie. Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht aufhören, die Transformation aktiv zu gestalten mit einer aktiven Wirtschaftspolitik. Wichtige Zukunftsaufgaben wie eben den klimaneutralen Umbau unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft, aber auch eine moderne Infrastruktur, Daseinsvorsorge dürfen wir nicht vernachlässigen. Und deshalb freue ich mich, dass die Debatte um eine grundlegende Reform der Schuldenbremse jetzt auch in Fahrt kommt. Für uns ist klar, dass die Schuldenbremse nicht zur Zukunftsbremse werden darf.